und herzlich willkommen zu ähm ja meintest introvieren ähm folge einunddreißig dachbau feld ist soweit fertig ich weiß das einzige was wir hier noch machen können dass wir hier so drumherum was vielleicht gar keine so schlechte idee wäre doch können wir sogar tatsächlich machen die idee gefällt mir so ich nehme mal noch ein bisschen holz mit das sollte ich mal so wir brauchen ich versuche mal also drei tore mindestens und zwar hätte ich gerne dass wir jeden ein tor haben dass wir hier dann ein tor haben und wenn ich aus dem haus rauskomme und quasi in die richtung laufen möchte dass wir hier auch noch mal ein tor haben das impliziert allerdings dass wir hier irgendwie so was wie so eine treppe haben von daher mache ich genau das mal ähm das heißt wir brauchen ein zwei drei vier fünf sechs treppen vielleicht sogar noch zwei mehr muss ich mal gleich gucken wie sich das hier äh ergibt aber wir können sowieso acht ja dann passt das doch dann machen wir nämlich da einmal hin hier einmal hin und dann oh ja eben so also jetzt muss ich tatsächlich zugeben damit bin ich jetzt nicht scheiße nicht ganz so zufrieden wie ich mir das vorgestellt habe okay äh äh oh scheiße wie war das nein wo die wut 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 ach wow okay ähm dann kommt er raus die kommt noch da weg sechs stück natürlich gleich ah sechs stück rutscht jetzt nicht unbedingt aber ganz ehrlich ist es halt so perfekt aber wisst ihr was wenn ich sowieso schon so viele überhaber hier ne da kann ich hier auch nochmal solche hinsetzen dann wird das perfekt zionale wird quasi sterilisiert also eine unterart ist auch egal okay ähm so dann wird du noch da 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 du so da da ähm wir machen erst kurz die sollte reichen By the way Wir haben mal dieses wunderbare Ne, ich mach dich mal Wir haben mal dieses wunderbare neue Mindtest Wo man auch diese Zwischendinger machen kann Fans Wie ist das Rezept da? Okay Ähm Oh, komm mit dir Alter, die hat doch geschissen Bitte los Ich bin aber nur 16 Ist ja teuer Ach Wir kriegen mit 1 mal 16 Oh Mann, ey, nicht insgesamt Ich bin doch bescheuert, ey Okay Jetzt möchte ich Einfach vor ich das Kante gucken Das ist so bescheuert Oh, sag ich dir ja 8 und 8 mal gleichzeitig Fuck my life So, kann ich jetzt hier direkt andocken An die Tür Das wäre natürlich super ge... Äh, ja geil Perfekt Oh, mit der Ecke passt es auch göttlich Oh, ja Genau, so muss das erwähnen Hier passt es jetzt nicht auf der Seite Das wäre natürlich wieder Classic Das passt natürlich nicht Hier einfach super verarschen Ah, das ist halt so Don't easy soll so Easy recall Nein Nein Boing Oh, ähm, ja So, dann muss ich auf jeden Fall Wahrscheinlich doch mal Meine Airware Protection Hier ein bisschen vergrößern Damit der Zaun und die neue Treppe Äh, die neue Brücke da hinten Ähm, am besten mit rein Fallen in meine Protection Wobei der Zaun ist schon mit Protected Da ich die Protection 1 größer gemacht habe Weil das fällt mir gerade auf Oh, 20es Jahres Aber hier nicht Okay Ähm, warum auch immer Ich habe keine Ahnung Warum das so ist Aber ist es so Hä? Leck mich doch Och, der hat Willst du mich gerade verarschen? Was für eine Hure Jetzt hat er die Sachen weggemacht Alter, der E-Club ist hakt Okay Da muss ich also auch jetzt mal einzeln klicken Ist das behindert, Alter Oh, ne Hey, die ist hier so witzig gemacht Hä, geht doch Halt Kann ich denn gerade hier rauf oder was Weil wenn man hier klickt Dann baut das nämlich an Genau Aber ich habe erst mal drauf aufgepackt Wirst du mich das hier eigentlich verarschen oder was? Okay, ne Komm, ganz klassisch Schön, hier Feld für Feld Super aufpassen Und Am besten alles protokollieren Und dann race ich dem FBI übergeben Oder so Ich habe keine Ahnung Was ich gerade so machen möchte Ist das hässlich? Ich meine, von dem Zeug da hinten Haben wir zum Glück mehr als genug Aber trotzdem Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen persönlich angegriffen Okay, hier ist Area Area Position 1 Dann ist jetzt nochmal noch ein Feld höher Quasi gleich Dann ist das auch alles definitiv mit gefiltert Äh, mit gefiltert Mit protected Und hier gehe ich runter bis aufs Sand Level Also so hier So geht die Treppe Genau Die Treppe ist dann also auch mit geschützt Und hier kommt es schon 2 hin Und dann würde ich mal sagen Protect Garden Of The Garden Of Wirts Ein sehr schöner Anime Aber Für die Protection Vielleicht doch ein bisschen Sehr lange Annahme Ich mach einfach You can protect your hair For which is a maximum Unbound often Und da Hab ich keinen Oh Offensichtlich nicht Nein Eat My Shit Fuck Warum hab ich so viele Protections Hmm Das ist natürlich jetzt unangenehm Vor allem wenn ich keine 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 Max Max Dings an uns da habe Ach komm ich geh nochmal Ich geh nochmal Kurz Show Musik Musik Die Vielen Dank.